Die, die, die Kapitalismus sind, die, die, die Kapitalismus sind. Hey, Leute, also ok ihr wisst, das Problem heißt Kapitalismus, wie kommen wir da raus? Wir brauchen Hilfe von der außerplanetarischen Opposition, schlage ich vor. Hier ist ja auch genug Platz zum landen. Hey Leute, Aliens welcome. Wir kommen nicht mehr klar hier auf dem Planeten. Ich muss sie mal einwinden hier. Wir sind hier unten. Hallo, Aliens welcome. Wir kommen nicht mehr klar hier. Wir holen uns raus aus diesem System. Das System sollte sich verschämen. Die Menschheit hält sich seltsam. Gegen die Kälte der Felsen, der nur ein dickes Fell war. Aliens welcome. Die Menschheit hält sich seltsam. Gegen die Kälte der Felsen, der nur ein dickes Fell war. Aliens welcome. Die, die zu viel Geld haben, liegen den Rest der Welt am. Aliens welcome. Ich finde generell das Modellarm. Aliens welcome. Bei dem Blitz ist es nie, wenn sie zu schnell fahren. Aliens welcome. Ey. Wir sitzen alle völlig aus dem Gleichgewicht. Wegen diesem Gleichgewicht. Gleichgewicht. Nochmal. Wir sitzen alle völlig aus dem Gleichgewicht. Wegen diesem Gleichgewicht. Die Menschheit hält sich seltsam. Gegen die Kälte der Felsen, der nur ein dickes Fell war. Aliens welcome. Jetzt ihr. Die Menschheit hält sich seltsam. Gegen die Kälte der Felsen, der nur ein dickes Fell war. Aliens welcome. Die Menschheit hält sich seltsam. Gegen die Kälte der Felsen, der nur ein dickes Fell war. Aliens welcome. Die Menschheit hält sich seltsam. Gegen die Kälte der Felsen, der nur ein dickes Fell war. Aliens welcome. Aliens welcome. Aliens welcome. Ich bin immer im inneren Fernsehzimmer. Verschlimmern sich geschwimmelnde Hoffnungsschimmer. Die Menschheit hält sich seltsam. Gegen die Kälte der Felsen, der nur ein dickes Fell war. Aliens welcome. Aliens welcome. Ja, danke, danke. Das haben Sie jetzt bestimmt gehört. Ich glaube, Sie kriegen gleich Hilfe von der außerplanetarischen Opposition.